Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Smart Home im Wohnwagen. Ist das jetzt die komplette Spinnerei oder halt ein Nice-to-have? Oder vielleicht doch noch mehr? Also, aber ich muss ganz vorneweg, muss ich wirklich gestehen, in Sachen Smart Home lebe ich selber wahrscheinlich noch so ziemlich in der Steinzeit, was das betrifft. Ich habe mich da vor ein paar Jahren mal miteinander auseinandergesetzt, wo das ganze Zeug noch richtig schweineteuer war. Habe das dann aber alles so, ach, brauchst du nicht und alles. Aber ich bin jetzt die letzten Tage wieder eher zufällig auf das Thema gekommen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was der Auslöser war. Es war, glaube ich, am Ende so eine schnöde Zeitschaltuhr. Die ich für irgendwas brauche. Und habe dann wieder gesehen, was heute eigentlich, was du für kleines Geld kaufen kannst da alles mittlerweile. Und was dann halt nicht einfach nur eine Zeitschaltuhr ist, sondern kannst du gleich noch ins WLAN einbinden. Und halala hin und her, Smart Home. Und kannst du noch viel krassere Sachen machen. Ich glaube, das war so der Auslöser, wenn ich mir jetzt gerade so während dem Einsprechen dieser Folge daran erinnere. So, und dann kam mir, wie das ja so ist, ich habe ja nicht nur ein Zuhause, sondern wir sind ja Camper. Wir haben also zwei Zuhause. Und da kam dann bei mir die Frage auf, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Smart Home für den Wohnwagen? Wieso nicht Smart Home Dinge, die man jetzt eigentlich für zu Hause erstmal geplant hat oder die halt für zu Hause konzipiert sind, also für Steinhäuser im Prinzip konzipiert sind. Warum das nicht vielleicht sogar möglich machen oder nutzen für den Wohnwagen oder das Wohnmobil? Und dieser Gedanke kann mir dann einhergehen damit, ist so ein bisschen diese Unabhängigkeit durch diese offenen Systeme, die es einfach gibt. Ich bin da jetzt nicht tief drin, ich bin da echt vor einer Woche bin ich da, habe ich angefangen zu lesen, um mich da reinzudenken und reinzulesen. Aber es gibt halt die unterschiedlichsten Systeme, was ich jetzt schon rausgelesen habe. Sei es hier HomeKit von Apple, sei es FHEM, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, sei es IO Broker und dann noch Rednode. Was weiß ich, da gibt es ja so viele Sachen, ich habe den Überblick noch gar nicht, was es da alles an Tools gibt, um so ein Smart Home zu realisieren. Ich selber liebäugle jetzt mit IO Broker und das ist so ein bisschen diese offene Systeme und das ist auch der Vorteil, den ich mir da so ein bisschen erhoffe, dass man dadurch halt sehr, sehr flexibel ist und bleibt, was mögliche Erweiterungen betrifft. Also ich werde mir da ein Raspberry Pi nehmen und werde den sozusagen als Gehirn einsetzen, der alle Daten dann zentral sammelt, berechnet und halt die Visualisierung macht. Auf dem Smartphone oder vielleicht sogar dann halt auf einem Display. Aber es kommt ein bisschen aus dem Thema von meinem Solarladeregler, weil das ist mir da einfach aufgefallen. Der ist von Victron, mit dem bin ich super zufrieden. Aber es ist halt, wenn ich mir jetzt noch den BMV 712 hole, da ist das auch von Victron. Wenn ich dann weitergehe und möchte jetzt mir so eine Bluetooth-Gaswaage, also wo man halt die Gasflasche wiegen kann, gibt es ja von Truma und gibt es auch von anderen Herstellern, die dann im Gaskasten vorne ist. Und das dann aber, das ist dann jetzt, wenn man jetzt Truma nimmt als bekannten Hersteller, dann habe ich einerseits von Victron die eine Baustelle, was das ganze Solarzeug betrifft. Dann habe ich auf der anderen Seite habe ich Truma, die nächste mit Trumanet, die nächste Baustelle. Ich habe dann, was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Apps, um da immer zu gucken, lädt der, entlädt der, was macht die Gasflasche. Ist total doof, dass ich das nicht alles unter einem Hut habe. Und so entstand diese Idee, so ein offenes System, so ein Smart-Home-System für den Wohnwagen zu nutzen. Und ich habe dann mal ganz kurz gegoogelt, also eben jetzt zum Beispiel, deswegen liebäugle ich so mit IO-Broker. Es gibt wohl eine Schnittstelle, dass man einen Victron-Solar-Laderegler, dass der die Daten daran übermittelt. Ob es dann wirklich funktioniert, weiß ich noch nicht, so tief bin ich da noch nicht drin. Aber wenn ich mir dann wieder einen Mess-Shunt hole, um zu sehen, wie viel Strom geht rein in den Akku, wie viel Strom geht raus. Also nur darauf kann ich ja berechnen, wie voll oder wie leer ist der Akku. Aber das kann ich dann alles in dieses eine übergeordnete System mit reinnehmen und dort dann halt weiter verarbeiten, mir anzeigen lassen. Da habe ich dort die Gasflasche, wie voll ist die. Das kann man auch noch weiterspinnen, die Gasflasche, wenn ich eine Gewichtsmessung habe und eine Software hintendran. Dann kann ich mir ein Dings programmieren. Okay, in den letzten 24 Stunden habe ich so viel, also ist gerade beim Wintercamping interessant, in den letzten 24 Stunden habe ich so viel Gas verbraucht. Die Flasche wiegt so viel, also wird die Flasche voraussichtlich so lange halten. Das heißt, ich kann mir dann direkt anzeigen lassen, bei gleichbleibenden Bedingungen oder basierend auf der Vergangenheit sozusagen, muss ich nachts um drei raus und die Flasche wechseln oder eben nicht. Und das finde ich natürlich dann, das ist dann schon eine coole Sache. Das ist dann, finde ich nicht mal mehr nur Spielerei, wie jetzt die Füllstandsanzeige vom Wasserbehälter, weil wenn er leer ist, das merke ich, dann kommt kein Wasser mehr raus. Aber wenn man das dann machen kann, ist ja auch gut. Aber so Gas, das finde ich dann wieder super spannend, weil es halt wirklich relevant, wirklich wichtig und relevant ist, finde ich. Ob jetzt die Gasflasche die Nacht durchhält oder ich eben dann, wie es meistens immer war in der Vergangenheit, musste nachts um drei, vier rausrennen in der Eiseskälte und die Gasflasche im Dunkeln und im Halbschlaf, da wechseln, danach bist du wach. Und wenn man das umgehen kann, ohne dass man sagen muss, okay, ich habe hier, habe ich die Gasflaschen-App, dann habe ich hier den Solarregler-App, dann habe ich, beim Wintercaming kommt noch hinzu, mit so Smart-Home-Systemen gibt es Module, so Smart-Meter, wo man den Stromeingang messen kann, also jetzt vom Landstrom, wie viel Strom verbrauche ich denn, ist das nächste wichtige Ding. Deswegen nicht, weil der Akku leer geht, weil ich hänge am Landstrom, sondern vielmehr gerade im Bereich Wintercamping wird ja sehr oft auch der Strom verbrauchsmäßig abgerechnet, also pro Kilowattstunde. Und uns selber ist es bis jetzt noch nie wirklich passiert, ich habe es aber auch noch nie so wirklich beachtet, auch wenn es mir das eine Mal ein bisschen teuer vorkam, dass wir ziemlich viel Strom verbraucht hätten, was mir so ein bisschen stutzig gemacht hatte. Aber es gibt ja immer wieder diese Diskussion, dass die quasi Stromzähler auf den Campingplätzen so, naja, so, ja, nicht so berauschend halt sind oder positiv für manchen Campingplatzbetreiber vielleicht rechnen. Mag sein, mag nicht sein, ich weiß es nicht. Aber wenn ich einen Smart-Meter bei mir im Wohnwagen installieren kann, dann kann ich ja den Stromverbrauch, der über Landstrom reinkommt bei mir, dann habe ich den ja. Zum einen wird er gemessen, zum anderen kann ich ihn ja auch visuell darstellen und dann kann ich den ja auch mit dem Kilowattverbrauch auf dem Stromzähler auf dem Campingplatz vergleichen. Und wenn da auf einmal eine Diskrepanz rauskommt von x Kilowattstunden, wo einfach nicht sein kann, dann gibt es da natürlich Diskussionsbedarf und wenn nicht, dann ist ja alles gut. Also ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen, was ich mir von so einer Smart-Home-Anlage für den Wohnwagen erdenke oder was ich da einfach für Möglichkeiten sehe, wie man das gescheit nutzen kann, auch eben, wenn man verschiedene Hersteller hat. Also eben, jetzt hat man vielleicht einen Laderegler von Vodronik, einen Messschand nicht von Vodronik, sondern von Victron oder von irgendeinem anderen. Dann hat man die Gasflaschenmessung von Truma oder von irgendeinem anderen. Dann kann man sich noch einen Messschand einbauen. Dann kann man sich sogar einen Bewegungsmelder, der den Innenraum des Wohnwagens überwacht, was dann so ein bisschen in die Richtung Diebstahlschutz geht oder Einbruchschutz kann man ja auch noch mit einbauen oder eine Anbindung ans mobile Datennetz, was weiß ich was. Also es ist ja so viele Möglichkeiten, die es da einfach gibt. Und deshalb finde ich, ist es eine recht, recht spannende Sache, auch wenn es natürlich so ein bisschen, ein bisschen Overkill ist fürs Camping. Aber ich glaube, das könnte ein ziemlich spannendes Projekt werden, was ich mir da jetzt quasi so ein bisschen nebenbei angelacht habe, weil ich mich damit jetzt neu auseinandersetze. Und eben auch natürlich jetzt die Füllstandsüberwachung für den Frischwassertank, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Bei Wohnmobilen ist es sehr oft mit drin, zumindest mit so einer LED-Anzeige. Was ich dann wiederum andererseits noch spannender finde, ist, wenn es irgendwie so einen WLAN-Akku betriebenen oder was weiß ich was, wie weiß ich noch nicht, werde ich mir irgendwas bauen, einen Vollmelder für das Abwassertaxi, für das Grauwasser, für den kleinen Grauwassertank, den man sich unter den Wohnwagen stellt, wo man ja immer wieder schauen muss, ja, gemäß Füllstand vom Frischwasser könnte ja so langsam voll werden. Da muss man immer wieder schauen, ah, wie viel hat noch Platz, reicht es jetzt noch, oder gehen wir lieber mal leer machen. Wenn man da so einen Vollmelder einfach einbaut, dann kann man sich Benachrichtigungen schicken auf Sandy, hey, hier, hallo Dominik, das Abwassertaxi ist voll, geh es mal bitte wieder leer machen, weil sonst läuft es jetzt dann über. Das finde ich dann sind coole, smarte Sachen, die einem einfach so ein bisschen das Leben einfacher machen. Da muss ich mich da nicht mehr wirklich vorher drum kümmern und jedes Mal daran denken, da nachzuschauen. Klar, viele sagen beim Camping, das gehört zum Camping mit dazu, aber ich sage mir einfach, ey, ich kann es mir auch einfach einfach machen mit manchen Sachen durch technische Tools, die es sowieso schon gibt. Wenn ich die ein bisschen umbiege und anpasse auf meine Bedürfnisse, dann kann ich mir damit einfach das Leben ein bisschen einfacher machen, auch beim Campen, so nicht heißen das schwer, ist aber eben, wenn man sich über irgendwelche Sachen automatisiert informieren lassen kann und da selber nicht mehr dran denken muss, dann finde ich, ist das immer eine coole Sache und wegbringen muss ich es dann ja zwar immer noch, das ist ja vollkommen okay, aber ich habe einen Reminder, der mir dabei behilflich ist. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Vielleicht hast du dich als Zuhörer dieses Podcasts auch schon mit dem Thema Smart Home speziell für Camping auseinandergesetzt und ich frage mich da eben, das ist ganz frisch jetzt bei mir einfach im Kopf, kennt jemand gute Anlaufquellen für Smart Home Lösungen fürs Camping? Also nicht irgendwas herstellerspezifisches, wo man halt fixiert ist, musst du alles von dem kaufen und alles, sondern wirklich so ein offenes Smart Home System, das man umgebogen, umgebaut oder halt einfach mit speziellen Dingern einfach für den Camper benutzen kann. Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also es würde mich wirklich freuen, wenn ich da noch ein paar Infos mehr zu bekomme, weil das ist jetzt so ein Thema, da bin ich jetzt mal wieder sowas typisch Technisches, da bin ich mal wieder richtig dabei. Also ich werde jetzt auch demnächst mal richtig zu lang, werde mir hier irgendwie ein Raspberry Pi kaufen mit einer Speicherkarte, dann ein paar Schnittstellen, eben so ein Smart Meter und dann noch ein paar Universalschalter, einfach um so ein paar Sachen auszuprobieren und erst mal anzuschließen und dann da einfach mal anzufangen, da ein bisschen loszubasteln und zu gucken, was da wie möglich ist im Bereich Smart Home und das dann fürs Camping einzusetzen. Also schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, sei es auf YouTube, sei es hier auf dem Blog oder schreibt mir eine E-Mail an dominic.camperontour.net. Wenn du dich mit dem Thema so ein bisschen auskennst, Smart Home speziell, dann natürlich wäre super geil für den Bereich Camping und so ein paar Anlaufstellen eben, wo suchen wir da und da danach, informiere dich mal da oder vielleicht gibt es ja sogar schon irgendwas komplett Fertiges optimiert aufs Camping irgendwie, wäre mega krass. Also, schreibt mir sehr, sehr gerne und ja, mal wieder so was Technisches, neues Technikprojekt. Und da packe ich jetzt hier fürs Camping. Also, kommt gut in die Campingsaison, in die Campingferien, seid wohlbesonnen mit eurem Camper unterwegs und vielleicht habe ich dich ja jetzt auch ein bisschen antriggern können, mal zu überlegen, das eigene Campingmobil noch ein bisschen smarter auszustatten mit ein paar coolen und interessanten Features, an die man zu Hause denkt, aber vielleicht beim Camping noch nicht dran gedacht hat und trotzdem jetzt so ein bisschen nutzen kann. Würde mich freuen, wenn du dich da meldest und mir Rückmeldung gibt, ob du da jetzt auch anfängst mit rumbasteln. Also, habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Musik